... Oh, ich war stehen geblieben. Ah. Das ist jetzt herzig, wo die Werte machen sollen. So. 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 Hervorragend. Du bist jetzt ich. Wir haben heute gestartet mit dem Projekt. Mazzow, unser zweiter Admin, ist offline gegangen. Lilly hat noch nicht angefangen. Das ist die Dame, die immer mit mir hier redet. Die Junge. Die auch bei dem nicht offen gewesen hat, dass du da bist. Genau. Also von dem her, ciao. Ist halt, wie gesagt, ist ein Hardcore Server. Ist jetzt nicht so üblich. Ähm. Man bekommt am Anfang eine Spitzhacke. Ich zeig dir das mal ganz kurz. Hast du noch nicht gesehen. Mit der Spitzhacke hier. Ähm. Kannst du dir. Kannst du dir. Jetzt sieht man sie. Jetzt sieht man sie. Die kann nicht verzaubert werden. Sie kann später mal geupgradet werden. Wird noch implementiert. Ähm. Ähm. Jetzt solltest du auch besser hören. Mit der Spitzhacke hier kannst du Blöcke abbaumen. Ähm. Mit den Blöcken kannst du dir. Hier auf der rechten Seite siehst du das ganz gut. Ähm. Abgebaute Blocks kannst du dir nämlich zusätzliche Hardcore Leben dazu verdienen. Ähm. Dass man mal im Umfeld passiert. Jedemal. Ist dem Besten schon unter uns passiert. Ähm. Und. Da. Mir auch. Heute erst. Danke. Ähm. Und. Also. Pass auf. Ich kann dir das kurz einmal zeigen. Du kannst eine Abfrage machen. Unter Slash Live. Du brauchst noch 19.305 Blöcke. Dann habe ich ein zusätzliches Leben verdient. Also es soll hier halt nicht leicht sein. Es soll nicht alles hinterher geschmissen werden. Ja. Deswegen müssen es 20.000 Blöcke für ein Leben sein. Und die maximale Anzahl die du dir dazu verdienen kannst sind halt drei Leben. Mehr geht nicht dazu. Du spawnst random in der Welt. Das heißt wir wissen nicht wo du bist. Ja. Das weißt du. Sonst keiner. Ähm. Genau. Wir haben uns selber die Admin-Rechte. Ähm. Wir haben zwar einen Admin-Account. Aber wir haben uns selber unseren Accounts die Admin-Rechte genommen. Uninteressant sonst. Langweilig. Finden wir. Hm. Macht ja halt keinen Spaß wenn es da alles so selber gibst und so weiter. Und deswegen haben wir das Projekt eben gestartet. Wir haben heute ein größeres Projekt gestartet. Das ganze findest du unter fago-gaming.de. Geht um den Aufbau einer großen globalen Gaming Community. Ähm. Auch mit Discord, Twitch, wie gesagt, YouTube, TikTok, Instagram und allem da und dran. Haben Matsuake und ich jetzt ein Jahr lang dran gearbeitet. So. Okay. Was hab ich jetzt? Ich hab das jetzt hier. Ich wollte mir eigentlich ein paar Kisten aufstellen. Die wollte ich aber unten aufstellen. Genau. Eins. Zwei. Eins. Zwei. Eins. Zwei. Zwei. Eins. Das passt sich erstmal. Das müsst ihr ja herausfinden. Hm. Also wir werden nicht alles verraten. Ähm. Auch nicht jeder Block gibt dazu. Ähm. Das kann ich zum Beispiel gleich dazu sagen. Zum Beispiel Blumen. Ähm. Gibt definitiv kein Leben dazu. Äh. Also keine. Zählen nicht in die Blöcke mit rein. Weil da baue ich mir eine unendliche Blumenform. Ähm. Ähm. Ein Cobblestone Generator kann man sich bauen. Also du kannst hier hier. Jonas du kannst hier halt auch wirklich alles. Wir haben zum Beispiel auch kein Problem. Ich hab mir eine automatische Fish Farm hier draußen gebaut. Das ist für uns voll ganz okay. Weil. Ne. Es dauert halt. Du weißt selber ein Hardcore Server ist halt ein Hardcore Server. Wenn ich auf den Server draufgehe sind keine Blöcke unter mir. Und ich werde die ganze Zeit gekickt. Wegen Flang is not enabled on the server. Das gibt's doch nicht. Wir haben das eigentlich heute ausgeschalten. Hm. Das ist natürlich jetzt ärgerlich. Moment. Kleiner Augenblick bitte. Mal gucken ob ich ihn auch erreiche. Kleiner Augenblick mal bitte. Mal gucken. 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 Ja, ja, ich habe es vorher auch gehabt. Moment, ganz kurz. Hat er die Adresse dann nochmal geändert? Warte. Nein. Hier war es so. Oder auch. Ne. Okay. Also ich komme drauf. Ja, kannst du, Jona. Das gehört halt zu einem Hardcore-Server dazu. Das muss man halt dazu sagen. Also ich komme drauf. Bist du dir sicher, dass du die 19.2 geladen hast? Nicht die 19.3, weil es kam ja jetzt die 19.3 raus. Und wir sind noch auf der 19.2. Ich habe mir extra heute nochmal die Versionen, die 19.2 ja machen müssen. Ich komme einmal frei drauf. Ja, die Jo. Genau. 1.19.2. Versuch es mal bitte nochmal. Okay. Okay. Ich gehe mal fest davon aus, dass du ziemlich PvP-affin bist. Kann das sein? Direkt wegen der Frage, ähm, wegen dem Killen, ob das ein Problem darstellt. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Du, das gehört dazu. Ja, deswegen, du siehst es ja auch am Scoreboard, der Mob-Kills auf der rechten Seite springt ja auch um in PvP-Kills. Und devs hast du ja auch dort nicht stehen. Also von dem her, du, das gehört einfach dazu. Und ganz ehrlich, wenn ich sterbe, dann sterbe ich. Ich muss es genauso lernen. Ich finde es nicht so schlimm. Ich finde es nicht so schlimm. Da ist Stein, da ist Holz, 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 da haben wir Erde, Futter hatten wir hier, aber das ist halt verrottertes Fleisch. Das ist ja komisch. Ich überlege, ich gebe einen Moment, ganz kurz, ich habe mich gekriegt. Versuch es mal bitte über die play.fago-gaming.de anstatt die .com. Ob das da auch passiert? Aber wir haben eigentlich beide freigeschalten. Muss mal gucken, ob du da drüber draufkommst. Ach, ich glaube, ich weiß, was es ist. Aber das muss er ausschalten. Definitiv. Moment. Lass uns mal kurz was gucken. Kleiner Augenblick bitte. Da bist du, da bist du. Moment. Bis noch. Vielen Dank. Ich suche gerade was. Moment kurz. Ich suche gerade was. 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 Ja, wenn man es einmal sucht und nicht findet. Ich suche gerade was. 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 Ich suche gerade. Ich suche gerade was. 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 Komm mal zu anschauen. Das ärgert mich jetzt, ich kann gerade nichts machen außer ihm ständig anzurufen. Ich kann gerade nichts machen, ich kann gerade nichts machen. Ich kann gerade nichts machen, ich kann gerade nichts machen, ich kann gerade nichts machen. Oh, ne bitte. Die sind hier drin. 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 halt nicht, ne? Ist das halt mitten in der Nacht, 3 Uhr. Hätte nicht passieren dürfen. Ja, gut ist was anderes. Na ja, Kleinigkeiten, das sind kleine Fehler einfach, die am Anfang in dem Projekt jetzt noch drin sind, die aber ausgemerzt werden müssen unbedingt. Ich hätte mich jetzt gefreut, wenn du auf den Server gekommen wärst. Ähm, dafür ist es ja genau gedacht. Spielst du schon lange Minecraft? Oh, ok. Wow. Das ist doch schon ne ganze Ecke. Eher auf Public Servern oder eher privat oder wie ist das? Weil wir zum Beispiel auch ein Admin Projekt haben, wir haben Mad Evil gezockt, wir haben Feed the Beast gezockt. Ne, man muss dazu erklären, ok, also ich bin jetzt auch, ähm, also ich bin 40, ne? ähm, ich bin, kenne jetzt mal zur Orke, mit dem ich dieses Projekt, also es ist ja nicht nur Minecraft, was Fago Gaming betrifft, sondern, ähm, es sind ja momentan, ähm, Minecraft, Raid Shadow Legends, EVE Online ist in Planung, es ist, ähm, Wolf Game, ähm, verschiedene Sachen eben, wir wollen im Endeffekt eine Community aufbauen, die eben spieleübergreifend miteinander reagiert, ähm, und wir zwei, Matsuaki und ich haben uns, äh, eben vor 5 Jahren, danke Lilly, ähm, auf einem Public Server bei Minecraft kennengelernt und dann halt eben dieses ganze Projekt jetzt seit einem Jahr aufgebaut und, äh, tatsächlich gestern Abend erst released, also jetzt, äh, vor, äh, 25 Stunden. Lilly ist zum Beispiel auch Mod bei uns, ähm, im Forum, im Discord, et cetera, et cetera. Ja, und schauen halt einfach, wie, wo, was, haben natürlich auch viel Craft Attack, ich hab viel Craft Attack geschaut, find die Idee von Craft Attack eigentlich so tendenziell ganz cool, muss aber dazu sagen, ich finde das immer so ein bisschen schade, ne, ja, dieses wieder aufstehen, wieder alles sofort da, ähm, ich finde auch Craft Attack ist mittlerweile sehr abgedriftet, dadurch, ne, du hast mittlerweile einfach dieses, ja, baum mir mal dessen, dass ich, ich schenke dir 50 Subs oder sonst irgendwas, das finde ich halt, naja, da hat das ganze Projekt einfach seinen, seinen Reiz verloren und deswegen haben wir gesagt, hey, lasse, wir wollten ja so oder so Minecraft machen, wir wollten mit einem City Build anfangen, haben uns jetzt gegen den City Build erst mal entschieden, der wird irgendwann kommen, wenn die Community Nachfrage danach da ist, dann ja, ähm, fangen jetzt mit dem Hardcore Server anfangen, mit 100 Tage des Challenges an, ähm, die wir aber auch mit der Community, mit Spielern zusammen machen, auch im Teams wie Discord, also Discord primär, ähm, und halt auch im Stream, auch YouTube Videos dazu, ähm, ja, das ist eigentlich so im Groben das, was wir hier machen wollen, und worauf es hinauslaufen sollen, also ich zum Beispiel will mir hier jetzt in, äh, in der Hardcore Welt, ich hab da Lust drauf, ich werde mir Erebor aus Herr der Ringe nachbauen, ähm, wird zwar ein bisschen länger dauern, mal gucken, ob ich es bis dahin überlebe, wer weiß, das lasse ich mir noch so dahin gestellt, aber, ähm, man sucht sich ja immer irgendwelche Aufgaben für sich selber und Challenges. Ja, trau dich endlich auf den Hardcore Server morgen. Ja. 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 Ja, muss auf den A1, A1 und A2 und A2 und A2, muss das unbedingt beheben, weil sonst krieg ich glaube ich den Druck sozusagen Fall. Proxy Server ist restarting erstmal. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ja, genau. Nur richtig. Naja, auf der anderen Seite, ne, wenn du Erebor nachbauen willst, wenn dich da keiner findet. Also, das könnte schon interessant werden. Hahaha. Das muss man schon mal dazu sagen. Das ist jetzt nicht gerade das kleinste Projekt, was man sich ausgesucht hat. Aber klar. Theoretisch geht alles. Hidden and Secret Bases? Absolut. Ja, warum nicht? Gehört dazu. Wo war ich dich jetzt? Also, wir haben jetzt 5 Minuten miteinander kommuniziert. Ich würde dich jetzt mal zum Beispiel so einschätzen, du bist jetzt nicht einer, der dann da sitzt und immer einer und denselben gankt, sondern, ne, das hätte ich jetzt vermutet, sondern Challenges, neu suchen, den nächsten suchen, hier suchen und so weiter. Das hätte ich jetzt fast vermutet. Das hätte ich jetzt fast vermutet. Also, ich habe hier echt Lack mit meinem Standplatz gehabt, Dorf, das Meer, Netherportal, direkt alles da. Kann man mal machen. Nein, ich werde dir meine Koordinaten nicht zeigen, die darfst du suchen. Mach's dir nicht so einfach. Das wäre ja zu langweilig. Ich bin neu, aber so neu dann auch wieder nicht. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass du mich irgendwann finden wirst. Ich sehe das schon kommen. Ja, Matsu ändert das morgen. Ich habe morgen Spätschicht. Ich komme nach der Arbeit online hin und das ist erstmal alles weg. Der sitzt dann bei mir im Haus auf einem Stuhl und wartet den ganzen Abend, dass ich komme. Ja, natürlich. Warum auch nicht. Warum auch nicht. Ich muss aber theoretisch erstmal ein Schiff bauen. Und ich muss mir. Definitiv muss ich mir eins machen. Ich muss mir off streamen. Die Koordinaten aufschreiben. Nicht im Stream. Nicht im Stream. Ja, ich bin... Ja, ich bin... Ach so. Ja, gut, okay. Aber was ist abends? Ich habe... Ich habe... Ich arbeite in der Gastronomie. Ich werde nicht vor 1 da sein. Na? Würde ich mal nicht verschreien, dass das nichts ist. Vielleicht wird. Wer weiß. Je nachdem. Und ich bin auch sicher nicht den letzten Tag da. Eher den ersten. Ach so. Soll man so ein Bett mitnehmen? Haben wir noch genügend Rolle? Moment mal. Ja, haben wir noch genügend Rolle. Wir nehmen uns mal auf dem Bett mit. Naja, ich habe ja... Ich habe ja... Ich habe ja einen Mut dabei. Ähm... Erstmal noch mit. Das rein, das raus. 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 Gib mal, bist ja auf Erkundungstour würde ich sagen. Also, wenn du dieses eine Leben verlierst, dann bist du theoretisch ja komplett tot. Natürlich schaffen wir gerade am Anfang für die ersten User und so weiter die Möglichkeit, ähm, über unser Forum, ähm, was du über den Link den Lilly vorher gepostet hast, findest, dass man dort im Bereich Minecraft die Admins darum bittet, dass man ein zusätzliches Leben kriegt. Das werden wir auch am Anfang machen. Ähm, desto länger man natürlich im Projekt ist und desto, 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 desto länger man im Spielverlauf ist, desto unwahrscheinlicher wird das. Wir werden ab und an mal, ähm, so Dinger machen, dass, ähm, wir alle drei Monate ein Leben dazugeben werden oder in irgendwelchen Challenges oder sonst irgendwas man sich ein Leben dazu verdienen kann, ja. Das heißt, das Projekt soll nicht ganz enden, ne, aber es soll halt trotzdem so sein, dass man schon aufpassen muss und, ähm, man nicht unvorsichtig mit dem Ganzen umgehen soll, ja. Ähm, ähm, aber es ist dann auch nicht so, dass ich jetzt gleich sagen kann, ja, ich kann morgen wieder einloggen oder sowas. Nö, das kann halt dann schon passieren. Deswegen, es macht, ich find's auch zum Beispiel sinnig, ja, Totem of Undying schon sich zu besorgen irgendwo, weil du kannst maximal bis zu drei Leben ansammeln. Mehr geht nicht. Du kannst zwar die Spitzhacke dann wieder auf 19.999 hochbringen, aber die 20.000 kannst du dann für ein viertes Leben nicht voll machen. Erst wenn du wieder eins verbraucht hast, dann kannst du wieder eins dazu verdienen. Also die Maximalgrenze ist absolut momentan drei, die du haben kannst, aber man guckt halt, man ist ein bisschen nachsichtiger, ne. Weil es bringt ja auch nichts. Jetzt gehst du her, jetzt bist du total pvp-affin, äh, ich sag mal, du rasierst den ganzen Server weg. Ja, ähm, ja, und dann stehst du da, und dann stehst du alleine da, und keiner kommt mehr drauf, das ist ja auch Käse für dich. Ja, ich glaub, das nimmt dir ja auch den Spielspaß dann auch weg. Ja, äh, ich glaub, es ist für dich genauso interessant, ähm, wenn die Leute wiederkommen können, sich equippen können, und vielleicht sogar eine Challenge gegen dich versuchen, oder sowas, ja. Oder du schließt da mit drei Leben da, und dann rotten sich mal fünf zusammen, und sagen so, und jetzt jagen wir mal jemanden, ne. Der pvp-to zählt, auch, ja, natürlich. Noch einmal, wir sind hier in einem Hardcross-Server, wir sind hier nicht im Killefitz, ne. Natürlich ist das gemein. Aber so soll es ja auch sein. Das ist, ja, natürlich. Ich hab ein bisschen Sand hier verkleinert. Oh, ehrlich. Und seit er mehr auf mich gehen, und mich die ganze Zeit schlagen, dann kann ich ja auch nichts machen. Naja, gut, okay. Ähm, das ist richtig. Ähm, wobei ich glaube, wobei, ich, naja, ich kann es schlecht beurteilen, muss ich dazu sagen. Ich glaub aber auch, das hängt natürlich auch ganz, äh, von Bewegungsgeschicklichkeit ab, wie du dich, wie du dich einbauen kannst, wie du dich wegbauen kannst, whatever was, ja. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich weiß nicht, sagt dir Dream was? Der Minecraft-Spieler Dream. Also wenn es dem zuschaut, ne, da wird der mal teilweise ganz anders zumute. Heftig. Ganz heftig. Vor allem, wenn der da an die Manhunt spielt, ja, wo dann so, die sechs Jungs gegen ihn, boah. Was der da teilweise bringt, der, also, da bin ich noch Lichtjahre, also, ne, ich, ich bin froh, wenn ich beim Blöckebau nicht runterfall. Äh, jetzt machen wir hier mal kurz ein bisschen was, dann nehmen wir uns mal ein bisschen was mit. Okay, das ist immer wichtig. Na gut, äh, ich hab aber mehr abgebaut als das. Ja, zu einem gewissen Teil, aber gewisse Dinge, die du halt auch siehst, ähm, ne, gerade was das Bauen angeht und so weiter, da ist halt, sag ich jetzt mal, nicht alles fake, ja. Ja, tun viele, ja, muss man mal ganz offen und ehrlich ansprechen, äh, viele schneiden sich Dinge auch gut hin, ja, aber, gerade jetzt halt was, was, ähm, was hochstecken angeht und so weiter und so weiter. Ich, äh, glaube ich schon, dass relativ viel davon so funktionieren kann, wie er es macht. Ich sag nicht, dass bei ihm alles funktioniert. Ich sag nur, dass ich glaube, dass es so funktionieren kann. Und wenn man da ganz fit ist und du hast, ja, drei unerfahrene Spieler gegen dich, dann, ähm, ist vieles möglich, ja, siehst du, da bist du zum Beispiel schon mal in den Vorteil. Also, ich weiß zum Beispiel, ich kann's nicht. Und ich weiß, dass bei Lilly, Lilly muss erst mal in der Leiste suchen, wo die Bauchblöcke sind. Nein, das war jetzt gefallen. So, einfach zu gucken. Ich kann aufgehen. Also, ich kann klang hier schon. Gut, gut, gut. Man glaubt das ja kaum, ne? Ich hab blinden nach Hause gefunden. Was? Ja. 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 Ich hab noch ne kleine Runde mal gedreht und muss dann so gucken, ne? Ich kann ja aktuell meine Koordinaten nicht anschauen, weil es... Funktioniert nicht. Sonst endet das für mich ganz übel. Boah, warte mal. Ich kann auch 10.000 Glöcke erstmal durch die Gegend schiffen und dann mach ich meine Koordinaten auf. Nein. Boah. So, mal gucken. Ähm, Jona, pass mal auf. Also, ich glaub jetzt nicht, dass ich den Matsu heute Nacht noch erreiche. Ich werd das aber so machen. Ähm, der kriegt von mir ne Message. Der hat ja auch Zugriff auf den, auf den, ähm, Twitch Account hier. Weil das ist ja ein Shared Account, ja? Und dem benutzt er das ganze Stream Team von Fargo. Ähm, ich schick dem ne Message, dass der das machen soll. Und dir über ne, über Discord ne Message schicken soll, ja? Ähm, wenn er's erledigt hat. Nur damit du das schonmal weißt, ja? Weil, würd mich schon freuen, wenn ich dich hier seh. Ähm, ne. Also ich muss das anders ausdrücken. Ähm, ich würd's freuen, wenn ich dich einloggen sehen. Seh'n will ich dich jetzt nicht zwirrend. Ähm, ähm, ähm. Ähm, das wird nicht gut für mich ausgehen. Ich brauch ne ganze Zombie-Ami. Äh, ich merk schon vor allem, hier sind schon wieder Zombies am Start, ey. Das ist jetzt schon wieder, ne, grautsam. Nein, Probleme nicht, aber, ne. Ja, nein, keine Probleme, aber. Oh, ihr Babyzombies. Oh, bitte nicht. Oh, bitte nicht. Das hasse ich ja, ne. Babyzombies ist ja gruselig. Die hasse ich ja, wie die Pest, die Viecher. Weißt du, wie das laufen wird? Der wird jeden Tag hier herkommen. Ich werd jeden Tag farben. Und der wird sich jeden Tag hier schön die Sachen snacken. So. Jetzt erstmal hier kält machen. Ich, ich hasse diese Viecher. Ja, ganz schlimm. Aber, ne. Also, äh, ganz ehrlich. Medieval? Boah. Was da rumläuft. Also, da freck's sich teilweise schon. Da freck's sich wirklich. Ja, genau. Genau. Dann bist du mit TNT da gewesen, ne. Hahaha. Ja, genau. Hahaha. Ich sag ja, ich seh das schon kommen. Aber das gehört dazu. Ich bin, äh, ganz schmerzfrei. Das glaub ich auch. Ja. Genau. So. Ich werd jetzt aber hier, ganz ehrlich, an der Stelle auch Schluss machen. Es ist, äh, Viertel nach drei. Wird morgen aber wieder am Start sein. Ähm, wie gesagt. Ich lass dir von Mazuaka, beziehungsweise von dem Fargo Gaming Account, ähm, eine Message schicken. Wenn er das erledigt hat, ähm, dass er sich darum kümmern soll. Ich wünsch dir eine super Nacht. Morgen einen angenehmen Tag. Ähm, und ich hoffe, wir sehen uns und hören uns bald hier wieder mal. Vielen Dank für deinen Follow. Das hat mich auch sehr gefreut. Und, äh, ja, bis die Tage, würd ich sagen. Und, äh, ja, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.